So, hier kann ich schon mal einen hinhauen Hier, das, 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 da Obwohl, das hier kann ich erstmal wegmachen Ich weiß ja nicht, ob ich hier noch irgendwie ein Gebäude hinbauen will oder so Deswegen lassen wir das einfach mal Aber es geht langsam voran, Leute Langsam wird's hier Kann ich die Arbeiter irgendwie leveln oder so, dass die noch besser werden? Keine Ahnung Mann, das ist doch doof, ey Das ist doch doof Aber wir haben's bald Ach, die gehen jetzt erstmal da hin, oder wie? Echt jetzt? Okay Zack Zack Hier drin kann ich schon mal bauen, genau Zack, zack 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 Zack, zack Zack, zack Sehr gut Das macht dir wein Macht dir sehr, sehr schön, muss ich ja sagen Bin begeistert Hier kommt Straße, ne, genau Ach komm schon Ach Gott Warten ist doch toll, Leute, oder? Warten ist doch schön Wie gesagt, ich kann ja auch nichts machen Ich hab grad nicht mal Geld, um irgendwas anderes zu bauen Und das würde ja eh nicht gebaut werden, weil Die Arbeiter sind grad hier zu Gange Letzte Problem Ich würd's ja gern noch mehr, äh, noch schneller machen, aber Es ist schon auf dem Maximalen Zack, zack So Aber wir haben's hier ja gar nicht geschafft Wir haben's ja gleich geschafft Bald ist das hier fertig Fehlt noch das hier unten Und dann hätten wir's Ach Gott, ey Wir machen aber grad noch Plus Und wir haben übel viele Parkplätze Von denen halt Wird halt so wenig benutzt Das geht halt echt abwärts grad mit den Kunden Warum Haben wir so wenig Kunden gerade? Ist ja noch alles Gut aufgefüllt Oh nein, wir machen da Plus Zehntausend sogar Hui Sind momentan im Minus Fast tausend Sales Das ist eigentlich gar nicht mal so bad, ne Würde ich mal meinen Es ist okay 835 Sales Kann man nicht meckern, würde ich sagen Kann man nicht meckern Wieso haben die das hier noch nicht fertig gemacht? Euer Ernst Jetzt Och, kommt schon Komm schon Ach Mensch, oh Turnaday Profit 20.000? Oh lol Das ist nice Das ist sehr nice Das ist sehr, 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 sehr nice Wieso hab ich hier kein Wieso hab ich hier einen Parkplatz? Da muss Straße hin, ne? Wieso hab ich hier einen Parkplatz? Ha Kannst du mal das Parking Hier, hier Hier, hier So, hier Kommen wir noch welche hin Genau Okay, komm Das macht jetzt irgendwer von euch, oder? Ja, nice Straße Hä? Straße Was? Warum ist das wieder weggegangen? Ich glaube, ich muss echt nochmal ein Darlehen aufnehmen Ich glaube schon, ja Gate nicht anders So Das sieht doch schon mal nach einem schönen Parkplatz aus, ne? Ich will mal wissen Wie viel kostet das denn, wenn ich hier ein riesiges Ding sind, ziehe? Bis hier ist es, glaube ich, ne? Ja, erstmal nur bis hier Äh, wo? 900.000 Bisschen klein anfangen, Leute Ganz klein Wow Das ist krass Das ist krass teuer Ach du Kacke Ach du Kacke Kann ich nicht auch irgendwie die Läden? Äh Irgendwie Genau Ja Kann ich hier nicht machen, ne? Ne Wir Profit hochziehen Das ist nur bei Products Ja, okay Aber warte mal Ah Von jedem Produkt Nice Ist noch 200 Das ist auch 200 160 Hochziehen So, da ist auf 200 Okay Hochziehen Hochziehen So Ach ja Sind ja zum Glück nicht viele Produkte, die wir hier haben, ne? Nee Gar nicht viele oder so Ich dachte, das zählt für den ganzen Laden, wenn ich das einmal mache Oh Mann, ey Alles auf 200 ziehen für mehr Profit, Leute Einfach mehr Geld machen Äh Zack Zack. Cookies. Reis und Pasta. Yeah. Snacks. Oh Gott, ey. Das kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Das kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Okay. Oh, so viel, ey. So viel. Oh, der Witz. So viel. Aber hier ist alles schon auf 200% irgendwie. Okay. Warum ist hier alles schon auf 200%? Das macht mich irgendwie... Das verwirrt mich irgendwie. Nicht, das... Hä? Das macht mich irgendwie verwirrend. Jo, klar. Deutsch, Maxi. Deutsch. Okay, hier haben wir wieder was. Nice. Gaming-Konsolen. Wir sind hier nicht auf 200%, ey. Mensch. Aber Kameras und MP3-Player, ne? MP3-Player. Ach, Mann, ey. Oh, Leute. Wir sind übel im Minus. Wieso sind wir so im Minus? Wäre mal nett zu wissen. Okay. Wir machen einen ganz guten Gewinn eigentlich. Ich glaube, das kommt gerade... Also, das ganze Minus kam gerade dadurch, dass wir so viel Straßen und so gebaut haben. Jo, die Waschmaschine war 50%. Kann... Ne, das kann doch nicht angehen. Hoch, alles, hoch. Auf 200. Kostet zwar ziemlich viel dann für die Leute, aber... Boah, ich hoffe, mich versaut dadurch jetzt nichts. Kein Bock, das alles wieder zurückzumachen. Wollen wir überhaupt noch Waschmaschinen? Weiß ich nicht. Vielleicht finden die das zu teuer oder so. Keine Ahnung. Gut, also teuer ist es auch wirklich ein bisschen so. Ein bisschen sehr. Aber egal. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht kriegen wir dadurch ja richtig viel Geld. Ich meine, Kunden haben wir immer noch momentan. Ganz gut. Ich glaube, nur die Waschmaschinen und so werden sich dann kaum noch verkaufen, ne? Schätze ich jetzt einfach mal. Oh, aber zurück mache ich das definitiv nicht. So nervig. Zack. 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 Nicht mehr viel, Leute. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Gleich sind wir fertig. Äh. So anstrengend. Das ist so nervig. Ich glaube, die kaufen gerade keine Waschmaschinen und so mehr. Oh. Restaurants. Okay. Das macht keinen Sinn. Wir haben ein Restaurant. Oder ist das überfüllt? Kann doch gar nicht sein. Ja gut, wir haben wenig Sitzplätze, ne? Fertig. Yeah. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen nach hier verla... äh, erweitern. Ein bisschen. Ich glaube, ich muss das hier noch ein bisschen erweitern. Da brauche ich aber kein Geld. Shit. Okay. Wieso war der eine so früh da? Ha. Okay. Ähm. Ja, mal sehen. Wie viel Profit wir jetzt machen, wenn alles auf 200% angehoben wurde. Wie viele Gäste wir machen. Etc. Sehen wir ja gleich. Müssen halt nur den Tag abwarten. Mal schauen. Sieht aber momentan gar nicht mal so bad. Wir haben 368 Parkplätze, Alter. Ist ne Menge. Ist ne Menge. Wir sind jetzt schon im Plus. Nach nicht mal zwölf Stunden. Also nicht mal nach der Hälfte der Zeit. Glaube ich. Ne. Aber das ist sehr gut. 130 Kunden circa. Wir hatten gestern fast 1000 Sales. Okay. Mal sehen wir das jetzt. Oh, es kaufen sogar welche die Marschverschienen. Alter, krass. Das ist heftig. Okay, wir haben noch 4 Stunden circa. Mal sehen, wie viel Sales wir machen. In der Zeit noch. Aber also doch. Wir machen gut Profit. Wir machen gut Geld. Alles, schnieke. Wir machen. Komm, machen wir die 1000 Sales? Wir machen die 1000 Sales. Yes. Geil. Das ist sehr cool. 1000 Sales geschafft. Wir hatten 500... 600. Okay. Wir hatten knapp 600... äh, Kunden. Das ist nice. Wir haben auch wieder Geld. Ganz gut was an Geld sogar. Könnten wir das hier eigentlich gleich mal ein bisschen erweitern, ne? 21.000, 25.000. Ja, gut. So viel erweitern, obwohl das geht eigentlich. Eins, zwei, drei Sitzplätze mehr. Das ist okay. Oh nein, warte mal. Weg. Wow. Guck mal, verschiedene Sounds. Ist cool. So, dann brauchen wir Objects. Und zwar... Food Table. Zack. 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 Hier ein hin, da ein hin. Können wir das eigentlich hier auch noch ein bisschen... ...mehr machen, ne? Hier oben noch ein Kochen, komm. Später kann hier dann noch ein Kochen. Ja. Aber jetzt brauchen wir das eh nicht. Äh, assign. Zack. Oh. Nein. Ja. So. Schon besser. Super. Mal sehen. Wie viel ist... Oh, Alter. Schon wieder. Wie viel plus. Sehr geil. So, wir bauen dann als nächstes... Das reicht erstmal an der Größe vom Restaurant. Na, hier kommt ja später auch noch eins hin. Ähm. Wir haben das vielleicht bald mal abgezahlt. So, wie viel brauche ich nochmal? Och, 900.000, ey. Das ist zu krass. Echt zu krass. Wir können uns... Oh. Wir können uns ein Darlehen von... ...300.000 circa holen. Das zweimal. Wir machen halt übel viel Minus. Möglicherweise. Weil wir halt 3000 auch abbezahlen müssen dann. Aber wir machen halt ein Plus. Äh, echt gutes Plus. Machen wir das. Ich glaub, ich mache das. Ich glaub... Echt... Wir machen das. So, was ist nochmal... Orange... Orange ist das, was gebraucht wird. Okay. Komm. Zack. Es sind nur noch 23.000, die fehlen. Das mache ich weg. Wir haben uns nämlich eigentlich... Ach, wie. So, ein süßes Darlehen, du. Gut, wir haben 270.000. Könnten anfangen. Das Problem ist halt, ich brauche mehr. Mehr. Komm, holen wir uns das nochmal. So. Wow. Wir haben aber... Alter, machen wir. Oh. Machen netten Profit. Das wird halt... Oi, 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 ey. Das abzubezahlen wird krass. Was haben wir hier? Restaurant, schon wieder. Ja. Restaurants sind echt voll? Alter. Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut läuft. Hier kann noch einer hin und hier kann noch einer hin. Äh, ja. Mehr können wir nicht bauen. Ich glaube, noch in die Mitte welche bauen, aber das sieht scheiße aus. Gut, bis das hier fertig ist, dauert das noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir beenden dann hier auch erstmal den Part, Leute, oder die Aufnahmesession. Ich werde dann ein bisschen Geld farmen. Und dann machen wir das beim nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.